Hallo Sushi-Liebhaber, ich möchte euch heute sehr gerne mal wieder etwas klassisch-japanisches zweigen und zwar einmal das Thunfisch und das Lachs-Nigiri, ein All-Time-Favorite von sehr, sehr vielen. Lachs oder Thunfisch-Nigiri, die einen sagen klassisch-japanisch, traditionell und puristisch, die anderen sagen einfallslos und langweilig. Ich möchte euch heute gerne zwei Optionen zeigen. Viel Spaß! Los geht's mit dem tollen Lachs hier. Von der Struktur her und von der Fett-Marmorierung gefällt er mir wunderbar. Allerdings ist er ein bisschen zu lang für Nigiri. Deshalb schneide ich jetzt hier unten ein kleines bisschen was ab. Beim Schneiden versucht auf jeden Fall mit einem Zug durchzuschneiden. Dafür braucht ihr ein langes scharfes Messer, so wie dieses Yanagiba hier und versucht gegen die Maserrichtung zu schneiden. Und das dritte Wichtige ist, versucht nicht senkrecht zu schneiden, sondern in einem leichten Winkel, denn dann wird das Fleisch einfach ein bisschen breiter und sieht auf dem Nigiri nicht nur schöner aus, sondern schmeckt auch besser. Hier könnt ihr jetzt die Marmorierung und die Fettstruktur vom Lachs vom Inneren erkennen. Sehr schön durchsetzt. Gibt einen ganz tollen Geschmack später auf unserem Sushi. Ich habe das Messer jetzt kurz sauber gemacht, damit der Lachs-Geschmack sich nicht mit dem Thunfisch-Geschmack vermischt. Und beim Thunfisch gehen wir wieder genauso vor. Wir schneiden hier schöne Scheiben runter, genauso wie eben, etwas gegen die Maserrichtung, schön fein und so sieht er dann aus. Der Lachs ist geschnitten, der Reis ist auch gekocht und gewürzt hier in meinem Hangiri. Das beides wird jetzt vereint zu wundervollen Nigiris. Einfach hier so ein kleines bisschen andrücken. Die Finger werden jetzt so leicht eingerollt und von oben ein kleines bisschen Druck ausgeübt, um den Fisch hier anzuschmiegen an den Reis. Und auch so ein bisschen seitlich wird der Fisch angedrückt. Wir haben jetzt hier vier Nigiris vor uns liegen, zweimal mit Thunfisch und zweimal mit Lachs. Und ihr könnt hier auch erkennen, was ich persönlich an Nigiri sehr wichtig finde, ist nämlich das Fisch-zu-Reis-Verhältnis. Es ist eine recht großzügige Scheibe Thunfisch, die aber eher dünn geschnitten ist und schön über eine relativ kleine Reiskugel gelegt wurde. So schmeckt es mir einfach am besten und der Fisch kommt schön zur Geltung. Als erste Option zum Aufpeppen habe ich jetzt hier getrocknete Blüten. Das sind Kornblumen und Ringelblumen. Die Blüten davon, ihr könnt erkennen, die sind so gelb, bläulich und so ein bisschen rötlich. Sehen wirklich klasse aus und die geben wir jetzt mal auf das erste Nigiri. Geschmacklich sind diese Blüten, ich würde großzügig sagen, sehr dezent im Geschmack. Werdet ihr kaum merken, sieht aber richtig cool aus, finde ich. Jetzt geht es aber weiter mit etwas, das ihr definitiv geschmacklich merken werdet, und zwar einer Frühlingszwiebel. Selbstverständlich nicht die ganze. So ein kleines Stückchen ist auf jeden Fall ausreichend. Ich falte das jetzt und werde es sehr fein einmal in Streifen schneiden. Jetzt werden wir einmal noch ganz kurz durchhacken. Und das kommt hier auf unser zweites Nigiri oben drauf. Frühlingszwiebel finde ich übrigens besonders gut bei eher etwas kräftigeren, fettigeren Fischen, so wie auch dem Thunfisch. Bei eher leichten, weißen Fischen würde ich die Frühlingszwiebel eher nicht empfehlen, weil sie ja schon ein relativ kräftiges, intensives Aroma hat und dann den Fisch ein bisschen übertönen könnte. Der Lachs ist als nächstes dran. Er ist ja auch ein eher etwas fettigerer Fisch. Und hier, finde ich, passt Sojasauce immer sehr gut dazu oder aber auch etwas salziges. Und ich habe heute mal Salz mitgebracht. Dieses Salz ist ein Fleur de Sel. Das ist allerdings jetzt noch aromatisiert mit Hibiskusblüten und mit Rosmarin. Ihr könnt es vielleicht erkennen, da sind ein paar kleine Stückchen drin. Es hat ein sehr, sehr interessantes Aroma, was allerdings, ich sag mal, relativ leicht ist. Es wird also den Fisch auch nicht übertönen. Dieser Lachs bekommt das wahrscheinlich interessanteste ab und zwar eine kleine Behandlung mit dem Bunsenbrenner. Es ist ein kleiner Mini-Bunsenbrenner, ich verlinke euch den gerne oder einen ähnlichen. Und damit werden wir jetzt diesen fettigen Lachs schön von oben ein kleines bisschen anrösten, ein paar Röstaromen verleihen und auch die Konsistenz natürlich ein kleines bisschen verändern. Wie ihr euch vorstellen könnt, es war natürlich unheimlich Spaß, jetzt damit rumzuspielen. Ich gebe euch aber den guten Tipp, übertreibt es nicht, denn das hier ist schon ausreichend. Vier Nigiri-Sushi sind fertig, traditionelle mit Lachs und Thunfisch. Ein bisschen modern interpretiert, ein bisschen aufgepimpt. Und von euch möchte ich natürlich jetzt gerne wissen, welches dieser vier gefällt euch am besten. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Und ich glaube, mein Favorit ist hier der Lachs mit der angeflammten Oberfläche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich, wenn ihr mir ein paar Vorschläge schickt, was ihr denn in den nächsten Videos gerne sehen möchtet. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.